Heute bewerte ich wieder meine alten Nageldesigns. Und als erstes habe ich mir dieses Trippy Nageldesign rausgesucht. Der Effekt hätte noch stärker sein können, aber ich finde die schon richtig cool. Die kriegen eine 7 von 10. Als nächstes sind diese Sailor Moon Nägel dran. Und ich als alter Sailor Moon Fan liebe sie natürlich. Denen würde ich eine 8,5 von 10 geben, aber weil ich so ein Fan bin, mache ich 9 von 10 draus. Jetzt kommen diese süßen Hundenägel. Wer sich erinnert, weiß, dass nicht ich die gemacht habe, sondern meine kleine Schwester. Und die ist einfach erst 8 Jahre alt. Und dafür kriegen sie eine 11 von 10 von mir. Das letzte Design für heute ist dieser Hamburger. Also genauer gesagt, die McDonald's Nägel. Wenn man unterwegs Hunger hat, kann man da ein wenig dran rumknabbern. Das spaß natürlich nicht. Die finde ich für den Aufwand auch richtig cool. 9 von 10.